Aus Polen komme ich. Ein Libanoso aus meiner polnen Tochter. Ich begrüße ganz herzlich sehr viele folgende Technologien. Lee Charmeur, meine Damen und Herren. Mit dem passenden Namen ein wirklicher Charmeur, war er schon hier beim Schaufenster der Besten. Vielseitig veranlagt, herrlicher Typ, ganz bedeutend in der Typ-Auslage, herrliche Leistungsfarbe und hat sich hier exzellent in Szenen gesetzt. Sowohl im Bewegungsablauf, in allen Grundgangarten, als auch über den Sturm, das wollen wir jetzt gleich sehen, wie man soll den Vater kennen Sie alle mit Heiko Bremer, bekannt für große Sprünge, der Kullman, der Carthagos und einer der führenden deutschen Springpferde-Vererber, das Muttervater, John Elliott und der Loch an Encaidienius in den weiteren Generationen. Aus Polen 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017